In Inventor 2017 ist der Shape Generator dazugekommen, den wir auch als Generative Design bezeichnen. Er ist auch schon in Inventor 2016 R2 dazugekommen und ich zeige jetzt einen kurzen Überblick über diese Funktion. Wir können direkt aus dem Bauteil den Shape Generator starten. Als erstes legen wir das Material fest, falls noch nicht geschehen. Anschließend legen wir auch noch die Abhängigkeiten fest. Diese können wir auch noch zusätzlich über das kleine Symbol noch einmal anzeigen oder bearbeiten. Nun legen wir die Kraft fest, die auf dem Bauteil wirken soll. Optional können wir jetzt auch noch Bereiche schützen, die nicht bearbeitet oder berechnet werden sollen. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach hier die Bohrungen. Hier kann ich einfach den zylindrischen Modus nehmen und zusätzlich nehme ich noch das Bauteil oder die Fläche, auf die die Kraft lastet. Und hier kann ich ganz einfach eine kleine Box darum legen. Der nächste Schritt ist dann, dass ich eine Symmetrieebene festlege. Und hier kann ich einmal die Achsen auswählen, in welcher Richtung das geschehen soll und ob das über den Schwerpunkt oder über die Bauteilgeometrie das Zentrum sein soll. Jetzt gehe ich noch einmal in die Einstellungen herein und hier kann ich einstellen, wie fein das Ganze berechnet werden soll. Als Übersicht lade ich mir jetzt einfach einmal die Netzansicht und ich sehe hier, das ist sehr fein. Das heißt, es wird natürlich ein kleines bisschen länger dauern, aber dafür wird es umso genauer. Ich habe die Berechnung jetzt einmal hier beschleunigt. Sie dauert etwa 10 Minuten auf einem virtuellen Core gerechnet. Das wird natürlich bei Ihrer Hardware wahrscheinlich schneller vorangehen. Der nächste Schritt ist, dass ich das Ergebnis in das Bauteil übertrage. Das kann ich einmal direkt in das Bauteil oder als STL-Datei machen. Ich wähle jetzt hier direkt in das Bauteil. Der Inventor schaltet jetzt automatisch den visuellen Stil Drahtmodell und ich zeichne jetzt in einer Skizze das berechnete Modell einfach ab. Ich kann auch jederzeit zwischen dem visuellen Stil Drahtmodell und Volumenkörper hin- und herschalten, um einmal die Übersicht des Modells zu bekommen. In diesem Fall, wenn ich jetzt in dem Drahtmodell bin, habe ich einfach die schnelle Möglichkeit, diesen Volumenkörper, den wir links im Browsermodell sehen, schnell anzuzeigen und daraus quasi wie abzupauschen. Zum Schluss schneiden wir das Ganze noch aus dem Bauteil anhand der Extrusion aus. Jetzt ist unser Workflow nun komplett. Wir haben also von der Berechnung das Ergebnis in das Bauteil übertragen und von daraus haben wir dann manuell, also mit voller Kontrolle, genau das ausgeschnitten, was wir ausschneiden möchten. Erfahren Sie mehr auf unserem Blog.